Hey, schön bist du da! Freut mich, ich bin Vanessa vom Kanal Digital Models und ich helfe den Menschen, sich selbstständig zu machen. Wenn du das auch möchtest, dann komm vorbei. Ich freue mich. Hallöchen, ich bin der Dennis. Ich bin vom Kanal Sport CP, dem Online Personal Training. In drei Monaten für 99 Euro kannst du deinen Traumkörper erreichen. Hallo, ich bin die Yolanda. Ich habe das JoJo's Tiefpreis Coaching, die Lebenshilfe, ins Leben gerufen. Für dich. Alle Menschen haben Probleme. Du kannst deine Probleme bei mir lösen. Ab 20 Euro bist du dabei. Freut mich. Hallo, ich bin der Jeremy von JJ's World. Bei mir gibt es fast alles. Und gemeinsam sind wir... Family Whatals! Ja, hallo da draußen. Es wurde mehrfach gewünscht, dass wir Leg, also Bein-Wrestling machen. Das haben wir im Gegensatz zum Armdrücken wirklich noch nicht einmal gemacht. Noch nie. Kannten wir noch nicht mal. Nee, kannten wir nicht mal. Wirklich nicht. Wir gingen heute ins Internet und haben geschaut, wie das so geht. Wenn wir irgendwas falsch machen oder es nicht das ist, was ihr wollt, dann einfach wieder schreiben. Wir machen das jetzt extra für euch. Und ja, ich beginne wieder mit meinem Bruderherz. Ich bin ein bisschen gespannt. Viel Spaß. Viel Spaß. Und daher? Und warum ist das nicht so? Ja. So, ne? Na Leute, was will ich alles machen da? Wenn das nicht gut kommt, na. Die Hüfte müssen etwas versetzt werden. Etwas nach unten noch, Schatz. So, nach unten. Etwas nach unten. Du, etwas nach oben, Jerry. Oh, Jerry. Gut, und dann könnt ihr noch etwas näher zusammenschieben. Gut, jetzt nehmt mal als Test rein, mal euer Bein hoch und hängt mal da so ein. Und darum geht es ja eigentlich. Sorry. Okay, ich denk mal, dass der nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sorry. Da wurde gekitzelt. Okay, und dann geht es ja so. Vielleicht verstehen wir es noch falsch, aber da macht man ja eins. Zwei, drei. Aha, eins. Eins, zwei, und bei drei geht es los, ne? Damit es... Dass ihr nicht ziehen müsst, das hat euch mehr Schiefer. Ja. Wie, wie schieben? Schieben, schieben. Näher zueinander. Näher so. Ja, dann braucht es die Beine, dass ihr euch wirklich schön hier müsst ihr euch fassen können. Was? Nein, nicht, sorry. Die Beine rauf. Nur schnell testen, dass wir uns nicht noch die Beine brechen. Ich denke, da müsste noch mehr Spatzung sein, dass ihr drücken könnt. Komm drüben. Okay, gut. Okay, gut, geht los. Gut. Jerry, Moment. Ich werde verlieren. Wie viel wegehaft hast du? Auf die Pläser. Moment, Moment, Moment. Ich gehe noch weg. Ich gehe etwas weg. Nee, nee, ich fahr nicht. Ich fahr nicht. Und Schiene. Warte nicht. Moment. Jerry, etwas so. Okay. Eins, zwei, und los. Und jetzt? Und jetzt? Ich check's nicht. Er hat gedacht, war das schief. Aber wie geht das denn? Okay, geht noch mal hin. Noch mal zueinander. Hat es dir wehgetan? Nee. Okay. Ja, ich will hier noch mehr ein wenig raus. Raus? Ja, das ist gut. Er zieht mir meine breite Hüfte nicht. Das gefällt mir. So. Jetzt nimmt mal das Bein wieder hoch. Ihr seid zu weit weg. Das Bein gestreckt halten und dann drücken. Genau, darum geht es eigentlich. Sobald jemand diesen hier macht, sobald jemand den hier macht und so drückt, dann passiert eben das. Ja, aber alle in den Videos überschlägt das so und uns so. Ja, wenn es überschlägt, muss man ja das so machen. Sonst kennt man ja blöd. Jetzt habt ihr noch entgegenhalten können. Ja, wir probieren es einfach nicht. Einfach mal probieren. Wir sind Anfänger, ne? Ah! Wir brauchen einen Gebrochenen Fuß oder einen Gebrochenen Bein. Dann mach weiter so. Okay. 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 Ich will da weg. Wow. Okay, Jerry, noch mal einen Versuch. Ja. Ihr könnt ja selber mitzählen, ne? Okay. Eins. Zwei. Drei. Ja, ich kann mich. Darf man jetzt das Bein knicken, oder nicht? Ah, ich schlauchte das. Schlauch mal. Nein, ich denke, es ist das nicht. Ich denke, es will man auch nicht. Ich schlauchte das nicht. Ich auch nicht. Warum überschlägt es die Leute im Internet und sonst nicht? Okay. Wir müssen vielleicht näher, aber komm mal, komm mal, komm mal. Wenn wir näher sind, kommt die anderen mit dem Körper nach oben, dann ist das nicht. Nein, nein, nein. Kann ich mal kurz, nur ganz kurz? Ja. Legt euch nochmal, aha. Macht das nochmal mit deinem Schatz. Hallo, Schatz. Okay. Okay. Jetzt sind wir mit der Hüfte etwas weiter verschwunden, ne? Aha, ja, das könnte es sein, ne? Okay, Schatz, ich gewinne die nicht. Okay, nur mal als Testzwecke. Testzwecke. Meine Schuhe rollen. Nicht nebeneinander und wieder von vorne. Hab ihr gesagt, wie im ersten Mal, ne? Oder so, bis wo? Weiter runter. Stell dich weiter runter. Hier ist die Hüfte und beide müssen mit dem Hintern weiter unten sein. Du musst so nach unten und du so wieder hinlegen. Ich muss schon noch fünf strecken. Ja, dann macht ihr das, was es da braucht, ne? Ich denke schon, versucht es nochmal einfach mal als Testzwecke und schiebt euch noch wieder etwas näher zusammen. Genau. Gut, jetzt macht mal einen Test. Jetzt... Ach, 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 ach. Was, ein bisschen? Ein bisschen nachschiebt. Mann, seid ihr gelenkig. Ja, sei sie, sie muss... Ich bin ein bisschen eingeordnet. Komm, jetzt mit deinen Beinen. Es ist wieder so wie vorhin. Nee, es ist wieder so wie vorhin. Nee, nee, dann wärtest du ihn dann schon. Jetzt wäre es passiert. Okay. Ich denke auch. Okay, dann komm nochmal, Jerry, in diese Haltung. Also die Hüfte muss... Hopfen wir es, dass wir es jetzt richtig machen für euch? Die Hüfte muss jeweils fast auf Kopfhöhe sein vom anderen. Also ihr müsstet noch ein bisschen, glaube ich, genau... Ich denke etwa so was, oder? Ja, ja. Okay, versuch's mal. Versuch's mal. Okay, Jerry. Versuch's mal. Sorry? Hast du doch mal nichts einknicken oder nicht? Ich glaube schon. Eigentlich... Bist du sicher? Nein, logisch nicht. Leitere Frage an euch, wenn ihr jetzt falsch machen, ein Verschreiben dürfen. Dürfen wir knicken oder nicht? Machen wir tolle Knicken oder nicht? Ja, machen wir knicken. Können wir mit Kraft reingeben? Ach gut, dann mach mal. Okay, und auf. Eins, zwei, drei. Was ist das denn? Warte, warte, warte. Geht's? Ja, das hab ich hier wohl geredet. Ach doch, du hast mich schon mal, weil ich mal... Ich steig den Gäbsel mit dem anderen Bein. Komm, Jerry. Was machst du denn? Jerry. Jerry. Jerry, Jerry, the machine. So, Jerry, the machine. So, Jerry, the machine. Sie sehen, wir sind falsch, du wirst weiter runter. Ich muss weiter runter. Ich muss weiter runter. Ja, genau. Ja, ich weiß, was? Ich brauche etwas nach unten. Nach unten. Etwa so. Jerry, etwas näher mit der obere Seite zu ihrer Hüfte. Hau. Hau. Jerry. Ich denke, es soll gut sein. Mach mal eine Gute. Wenn ich wieder ausstecke, ist alles okay. Jerry, pass eins los. Eins, zwei, drei. Ich hab Wahnsinn. Das war jetzt wie in den Videos. Das war super. Wir haben gerade ein Guter. Ja. Ja. So, wie wollt ihr? Deine Mama. Komm, genau. Komm zu mir, Mama. Wuh. Mutter vor. Willst du einen Test? Willst du gleich? Nein, ich mach mal einen Test. Schnell. Okay. Sorry. Ich glaube, versuch es einfach mal als Test. So. Dann müsst ihr einfach noch mehr zusammenrechen, glaube ich. Ja, ich werde das so, oder? Genau. Ja. Ja, genau. Okay. Deine Sprachen, deine Haare. Deine Haare. Okay, Mama, bist du bereit? Du musst da auch legen. Ja. Wir müssen da so. Seid ihr fast? Fast? Alles so? Alles so? Okay, okay, drei, zwei, eins nochmal und auf, los. Mama, eins, zwei, eins, go. Eins, zwei, drei. Wow. Mama, geht's dir gut? Sie ist so dünn. Sie ist so schön schlank und ich muss sie auch nicht verletzen. Gut, okay, dann bin ich ja gespannt gegen meinen Mann. Das kommt vom Reiten. Also nicht für sie, ich weiß nicht, ich weiß vom Pferd, natürlich. Sorry. Vom Reiten, ne? Nee. Sorry, Mama, was? Die Seite, die andere, wer ist denn mit mir? Doch. Ach, okay. Ich habe jetzt... Reutet weiße, froh, der Saal nicht was. Nee, ich habe nicht sehr gerufen. Ich habe im Reiten gerufen. Im Reiten habe ich gerufen, aber wirklich. Okay. Wir haben das so. Ja, wir wollen nicht mehr hoch. Nein, wir haben Hüfte auf Hüfte. Nee. Also, sie müssen schon noch etwas... Ja, genau, so. Ja. Achso, also? Die Mittelröde. Nee, ja. Ja, genau. Wie schnell zählst du, oder nicht? Da, 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 da. Denkst du, komm, wir hinten mit dem Bein? Nee, ich will, nee, du darfst. Okay, etwas, ja, genau. Muss ich noch so? Ja, ich glaube, jetzt, Mama, geht's für dich? Uh, da ist du. Und tada! Boah, da ist ein bisschen Luft. Okay, ja, okay. Okay, das wird geht. Ja, ja. Gut, okay, auf drei, zwei, eins und los. Dann ein. Sorry. Ja, wir können das so. Es wird nicht gekitzelt. Ja, ich will das vorne, Mama. Okay. Eins, zwei und drei. Wow. Yes. Da habe ich gar nicht geschafft. Nee. Gut. Und Sieger, ich weiß, dass ich Zukunft nicht mache. Ich mache Leg Wrestling. Jetzt kommt noch dein Mann. Ja, gegen ihn werde ich auch gewinnen. Ich habe da meine Stärke gefunden, ne? Und dann könnt ihr noch alle gegen den Namen machen. Leg Wrestling. So, mein Schatz. Jetzt siehst du mal, wie stark ich bin, ne? Das wusste ich schon. Ich weiß. Sind wir da gut? Kommt auf 50? Ja, das war so. Kommt auf 50. Ja? Wollen wir testen, oder meinst du? Ich denke, wir testen. Ach so, ich habe mir das so gemacht. Genau. Okay. Wollen wir schnell schauen, ne? Ja? Ja, mal. Soll es gehen? Geht. So, dann bist du jetzt Alpha Muskel. Das geht für dich nicht. Okay. Ja, bei mir nicht. Okay. Schatz, auf drei, zwei, eins und los. Okay. Eins, zwei, drei. Sie reintet euch nach dem Wind. Okay, das ist wirklich witzig. Ui, das war ein Doppelkerz. Schwungvoll. 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 Ja, aber halt mal. Ich habe gewonnen. Ja, leider. Weiß doch, Mann. Genau, wir machen kein Event für Armwrestling, wir machen kein Event für Blackwrestling. Okay. Müssen wir noch etwas runterrutschen oder ist das gut? Zeichnen. Wir merken, dass der noch geht, oder? Ich glaube schon. Okay. Ja. Gut. Ja. Habst du? Drei, zwei, eins, los. Eins. Wrestlemania. Zwei. Drei. John Cena, John Cena, John Cena. Drei. Drei. John Cena, John Cena. Ich habe verloren. Oh mein Gott. Ich denke, das darfst du auch. Der Cain hat verloren. Der Cain hat verloren. Ja. Also ich bin der Sieger von dieser Challenge. Viel Spaß in den weiteren. So. Und jetzt wieder, du kannst das nicht. Nein, Charlie. Nein, Charlie. Charlie. Komm mit links, komm mit links. Du komm mit links. Was? Mit links. Ich will nicht mit links. Moment, komm, drück schnell etwas runter. So. So, etwas näher zusammen. Ja, zusammen. Dann müssen wir glaube ich etwas... Ne? Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir mal. Doch. Okay, komm. Charlie, was meinst du, ist gut? Ja, aber ich war mir sehr gewohnt. Mann, bist du beweglich. Ich war mal beweglicher. Vor und beim Linken nie das. Ja, egal. Egal, ne? Egal! Nee! Nein! Egal! Lass das! Okay. Jenny, bist du bereit? Nein. Ich auch nicht. Jungs! Eins! Zwei! Und Schuss! Drei! Ah! Du, das war nicht so fertig. Hey du, Jenny! Ich bin so ein armer geflaschlicher Junge. Oh, komm. Du bist fast größer als ich, also. Machen wir doch jetzt. Was? Machen wir doch jetzt. Lüfter auf Kopf fühlen. Aha, stimmt. Soll man sich weiter runter oder du musst weiter hauen? Ja, genau. Aber du bist so weit weg. Jenny, kümmert uns in die Mitte. Dann mach ich immer mal Schluss. Mach mal ruhig. Schwager. Schwager. Schwager, Schwager. Schwanger, Schwager. Schwager, Geschwager. Ja, 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 ja. Müsst du mir nachher das runter? Ne, ist schon okay, wie gesagt. So besuchen wir. So, Jenny, ja. Besuchen wir mal, Jenny. Ja, ja, aber ja. Was wichtig ist, Mann. Ja. Hey, Jenny muss noch ein bisschen hoch. Es läuft schon so fast. Hm? Ja. Jetzt, hm? Oh. Ach, hauen, oder? Das geht nicht. Das geht nicht. Nee? Doch, das geht schon, aber ich verliere mich das. Ach so. Das ist was anderes. Das geht nicht. Das kommt nicht gut. Eins. Darf ich wohl die Hände drauf nehmen? Oh, das ist wohl das. Weiß ich doch nicht. Ja, wenn ihr beides genau gleich macht, ist es unverständlich. Einfach beide das gleiche. Okay. Bereit, Chase? Nein. Okay. Oh, hab ich geboren. Spannend. Eins. Zwei. Au. Drei. Töckige. Die Hände, der ist mir. Oh, Cherry, oh Cherry, oh Cherry. Ich bin ein Alter geschlagen, Mann. Jetzt kommt meine Mutter. Jetzt kommt meine Mutter ins Spiel. Die Mutter. Jetzt kommt die Mutter. Mura 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 mura. Na ja, schauen Sie mal wie das geht da. Die Wand ist gefällig. Die Wand ist eindeutig ein bisschen gefahrlich. Komm, ich bin der Kammer. Ja, test, test. Bein auf. Ich wüsste den noch nicht gut. Oh nein! Er ist klug, na. So. Gut, na. Komm, warten wir gut. Sind wir gespannt? Und los. Eins, Zwei. 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 Ich hatte gedacht... Hallo, und? Leila, Leila, komm. Leila, komm zu mir. Komm, Leila. Ja, hallo Leila. Probieren wir. Na ja, zusammen. Ne, probieren wir. Ja. Okay. Okay, das geht dann. Genau. Bereits. Eins. Zwei. Drei. Hör doch, Flava! Wow! Bravo! Ich weiß nun, wie's geht. Eben, ja, genau. Hab ich dir nachgeschaut. Hab ich aber cool gemacht. Ich mag nicht mehr. Doch, doch. Es stimmt schon. Ja, ich habe zweimal gewonnen. Ja, du musst noch gewinnen. Ach, okay. Du wirst doch noch verlieren. Lili, warte noch schnell, Schatz. Lili bleibt noch. Schottel. Oh, das ist süß und süß. Kopf auf... Ne, Hüfte auf Kopfe. So. Ja. 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 Beide Köpfe, sieben und Hände. Ja, okay. Schauen wir mal, ob das passt. Ja. 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 Ich hab das Gewicht gespürt. So wie ein Balken, den ich im Garten abbauche. Na, das hat ein Gewicht, Mann. Oh, nee, das ist es. Jordan! Was denkst du? So, oder? So. 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 Nur, dass wir beide das Gleiche machen. Beine müssen oben. Wir können schon so. Richtig? Ja, klar. Okay. Alles klar. Alles klar. Und... 1. 2. 1. Und... 3. Oh! Yeah! Absichtig, ist da nicht ein Liebespieler von? Nein, 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 warte. Nein, 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 warte, 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 warte. Nein, nein, warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Die sind so kleine Leiterhund. Ja, bleib vor uns. Sind die jetzt fertig? Der Hund. Ne, links noch. Wir müssen noch links machen. Links die Seite. Ja, links die Seite. Ich glaube, man sieht uns. Ich hoffe, ja, ja. Ist gut, ist gut. Okay, Test. Machen wir einen Test. Und das geht. Und das geht. Hau die Kucke weg. Okay. Okay. Dann los. Wir sind bereit. Okay, achten wir. Eins. Zwei. 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 Wenn man dazwischen rutscht, dann ist das ein bisschen blöd. Ich glaube, wir müssen noch eine Lösung suchen. Oder vielleicht habt ihr einen Tipp. Machen wir was falsch, bitte schreibt es rein. Ich habe das Gefühl, wenn wir mit der Kniekehle an Kniekehle gehen, dann kann man doch so easy zwischen runterrutschen. Da kann man gar keine Kraft reingeben. Vielleicht muss man weiter höher sein. Und kreuzen. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Ihr könnt es uns sagen, ne? Bitte reinschreiben. Wir sind auf euch angewiesen. Wirklich. Ja, und wenn ihr wollt, machen wir das dann natürlich auch weiterhin für euch. Genau. Und die Vorschläge reinknallen, ne? Ja, wir tun es, ne? Rein damit. Rein damit. Rein damit. Au in die Kasten. Wir wünschen euch ganz eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, Darm hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, unsere vier Abonnungen. Auf Wiedersehen! Vielen Dank! Und macht's gut! Tschüss! Tschüss! Bye! Goodbye! Bye! 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 Bis zum nächsten Mal.